Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Human Fall Flat, zusammen mit unserer Prinzessin hier, dem Chico, und meine Wenigkeit, Le Baguette, der Homa. So, uh, Monami, zieh dir ein Baguette, Alter, lass dein Baguette, lass mich los, Alter, bin ich kräftig. Ja, auf jeden Fall hat die Prinzessin jetzt hier in der letzten Folge hier geschafft, dass wir jetzt hier endlich hochreinen können, weil ich so, ja, wieder megamäßig kompetent war und es nicht geschafft habe. Und wir sind nach wie vor in dieser komischen Wüstenwelt, wo ich versuche hier, mich hier so irgendwie so hochzuziehen. Wie ihr seht, ich krieg's nicht hin. Doch, jetzt so mittlerweile mit der Steuerung so, die ist echt cool, aber ich vergesse immer irgendwie. Warte mal. Es ist aber auch nicht leicht. Nein, es ist, es ist, muss, ich bleib jetzt hier liegen. Das ist mir jetzt so doof. Nö, ich mag nicht mehr. Ich würde dir gerne hochhelfen, aber, obwohl, ich könnte eigentlich die Datte holen. Was? Nein. Nein. Äh, mhm. Oh, warte, Alter. Warte, äh. Äh. Kann ich's mal machen? Wollen wir mal wieder hoch? Nein, geht nicht. Geht nicht. Danke, lass mal los. Ah. Und schon wieder geholfen. Bombe. So. So, jetzt hier. Und, hopp. Ach, so langsam kriegst du hin hier mit dem. Nein. Vergess immer das Spring. Ah, jetzt. Das Wichtigste. Das Spring vergesst. Du bist schon wieder einmal, wieder einmal im Rock festgehalten, ne? Gar nicht. Kommst du da drauf? Falls dir das zu schwierig ist, denn ist auch ein einfacher Weg, ne? Was? 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 Junge, was? Warum ist das los? Niemals. Oh. Alter. Alter. Lass mich los. Lass mich los. Ich mach doch gar nichts. Lass los. Lass mich hoch. Ich sterb alleine, ehrlich. Ah. Naja, ja. Tschüss. Alter, ich starte bloß hier bei vorne, Alter. Äh. Wo bin ich denn? Äh. Hier komm ich noch, glaub ich, gerade so eben hoch. Hm, ich glaub ich sollte doch den anderen Weg nehmen. Welchen anderen Weg? Gibt's einen besseren Weg? Gibt's hier zwei Wege hoch? Ja. Ja, ich hab glaub ich den anderen genommen. Gibt's immer mehrere Wege, hab ich das Gefühl. Zumindest zwei. Wir sind ja noch im zweiten Level oder so. Ja, ja. Ja, guckst du das eine. Oh, aber. Oh, Cliffhanger, Alter. Ehrlich. So, hoch hier. Oh, jetzt kommt er hier auf Touren, du. Hör, guck mal. Oh, oh. Jetzt sitzt er da. Ja, meine Damen und Herren. Also, wir werden jetzt hier den Rest der Serie hier oben verweilen, weil Stefan braucht noch eine Weile, bis wir hier oben ist. Was? Das ist doch gar nicht wahr. Ich muss doch einfach hier nur. Ähm. Ja. Hier so. Äh, hier. Such dich gerade, aber ich seh dich nicht. Ja. Ich muss nochmal von vorne hier. Hä, wo bist du denn? Äh, hier unten, rechts. Guck mal, hier hab ich noch so. Ach, guck mal, hier ein Video. Oh, wir helfen mir das. Richtig zu fahlen, bis du hoch hier rauskomme. Das ist denkst du, dass Yoga dich wo du startest, obwohl du es richtig gemacht hast. Ah, gut, genauso habe ich es auch gemacht. Also das Tartar ist echt gut gemacht hier drin. Ja, ne? Yoga. Ah ja. Okay, gut. Also. Yoga. Also deine Idee, Chico, war echt die beste. Weil das hast du nämlich vollkommen selber rausgefunden. Wo bist du denn gerade, Alter? In welcher Ebene? Irgendwie. Egal. Auf jeden Fall. Lose ich gerade mal wieder ab. Ist ja nichts Neues. So. Ich komme jetzt wieder runter. Ich komme hier nicht hoch. Ach so. Ach, du versuchst das hier. Ah, ne. Das ist einfach zu hoch. Du gehst ein bisschen weiter zurück. Dann da. Zack. Und dann machst du einen Jump. Und dann ziehst du dich hoch. Ja, ist ja gut. Ich habe es verstanden. Du musst halt nur ziemlich weit weg vom Rand. Und dann? Ja. Nein. Was ist jetzt? Climbing higher. To get even higher, you need to jump before grabbing the edge. Ich sehe nichts mehr. Raise your hands, running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Ja, toll. Lower your hands, pull yourself up. Walk forward, releasing the hands. Practice timing and use the momentum. Das ist krass, dass es hier oben liegt. Das hätte ich so unten gebraucht. Ja. You'll make a fool of yourself, like saying goodbye, shaking hands and walking away without releasing your hand. Etiquette sagt, never do that. Zack. Ah, da sieht man, wer früher Jump and Run-Spiele gespielt hat. Ah, hier weniger. Oh. Warte mal. Nein. Ah, Leute. Erfolge. Ich bin wieder oben. Ah, schiffe dich. Kauf dir Gubi Kicks. Ich vergesse... Ah. Jetzt verstehe ich das. Jetzt, jetzt kommt der Cliffhanger hier. Hör mal. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, jetzt läuft's. Jetzt hat er einen Streak. Da ist er. Okay. Halt mich mal. So. Zieh mich mal an die Haare. Oh, oh. Oh ja. Uh. So, warte, ich helfe dir. So. Und jetzt? Äh. Jetzt gehen wir hier durch. Ach so, da können wir durch. Oh, falsche Richtung. So. Ach so. Ja. So. Tün, 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 tün. Oh, guck mal, das sind... Oh, guck mal, hier unsere Loft. Unsere Villa. Äh. Äh. Ähm. Warte mal. Ähm. Okay, ich weiß auch. Die, 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 die. Wir müssen hier lang. Wir müssen da lang. Ach, da oben. Ah, da können wir höher springen, ne? Dann hier oben drauf. Oder hier auf den... Soll ich helfen? Oh, das geht schon. Äh. Was? Was denn du? Lass mich los! Der Arschkrapscher. Was? Ey. Lass mich doch mal... Sobald du die Tasse drückst, klebt er automatisch an allem, was die Hände berührt. Da kann ich nichts machen. Also, wie das immer klackt in meinem Kopf, ne? Ja, ja. Äh, jo. Äh. Mal ein Stück zurück. So. Alter. Und jetzt? Echt? Das ist für Anfänger. Ich nehm den anderen Weg. Was ist das für Anfänger? Der Weg über die Felsen. Ne, wir springen da rüber. Mit der Liane, da hinten. Die nehm ich jetzt auch. Falls das überhaupt eine ist. Aber das sieht dann halt aus. Schön an den Haaren, Alter. Ja, guck mal, jetzt hab ich's auch raus so. Jetzt hab ich's auch gerafft. Warte mal, warte mal, da können wir Das können wir rausziehen hier, oder? Warte mal Da können wir irgendwas dagegen knallen lassen, oder? Warte mal Ist da ein Tutorial drin? Ja, da oben hängt eins, aber Da ist auch ein Ast oder sowas Aber guck mal, da hätten wir von der anderen Seite hier reingemusst Guck mal, da gibt es auch noch so einen Abhang Ah, warte mal Und jetzt? Ach, du bist da unten Soll ich mal mitkommen, warte? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ne? Also ich probiere es einfach nur Ich komme einfach mal, warte mal, oh, ich muss mir mal die Hände nach oben wieder Warte Vielleicht soll ich mal mitkommen, weil du brauchst die Ewigkeit nicht drauf Ich bin runtergefallen Nein Äh, Chico, ich bin mir ganz unten Ähm Also ich weiß gar nicht, ob man hier richtig ist Also es sieht nicht so aus, muss ich sagen Und dann bleib da, wo du halt bleiben möchtest Aber jetzt, jetzt, jetzt Oh, 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 oh Weißt du, ist richtig? Warte, warte, ich komme, ich komme Ich kann ja die Tür wahrscheinlich auch aufmachen Ja, warte, ich muss erstmal wieder hochkommen hier Ich bin da ganz unten Oh, geil Ey, warte Guckt ihr nichts an ohne mich? Ach so, ja, sorry Komm schon rüber Das haben sie echt gut gemacht Warte, ich komme rüber So, ich bin auch gleich da Ja, ja, ich warte, ich sehe dich zwar noch nicht, aber Nein Nein Nicht schon wieder Tja, meine Damen und Herren Das ist Huma Ja, verpeilt wie immer Oh, Pantuck Also ich fand das recht leicht Schön für dich Also wenn du die Hände drückst Und dann nach oben guckst Ja, dann mach ich ja immer Dann wird dir die Hände hoch Mach ich ja Und wenn du denn loslässt Mit hochgucken Dann guckt er nach vorne Aber die Hände sind trotzdem oben Ja Das habe ich auch schon gemerkt Dann kannst du Und dann kannst du bewegen Und dann kannst du springen Und dann läuft das Mach ich doch auch Dann zieh ich mich einfach nach unten wieder hoch Das sieht ja schon sehr professionell aus hier Als, äh Aber das ist so ein kleiner Zusatzgemick, glaube ich Dass man da lang gehen kann Ah, okay Obwohl Es gibt wahrscheinlich mehrere Wege Ja, falls man nicht auf die Idee gekommen ist Den, den Wagen zu schieben Dass man dann über die Zippe springt Ich komme hier wieder nicht hoch, ey Schon wieder da Nein Och, ey Ich stelle mich an Du kannst doch von da unten Kannst du doch auch rauf springen, oder nicht? Ja, ja Ja, bin ich doch Warte Ja, weil du eben von der anderen Seite gekommen bist Deswegen Ja, weiß ich jetzt auch nicht Das sieht aus Nein, kannst du wieder loslassen Perfekt Ja Tja, handelt sich nur um Stunden Ja Hast extra Musik angemacht, damit es dramatischer ist, wenn ich hochklettern, ne? Naja So, jetzt Darüber Oh, ist das geil hier drinnen Ja, schön für dich Ach, willst du wat? Ich gehe aber voll an an Seite Ne, wieso? Ja, bis ich da wieder rüberkomme Ja, ich warte doch Los Ich war ein kurzes Stück drinnen Du siehst da drinnen ja nichts, weil es dunkel ist Ich muss die Lampe aufheben Ja, jetzt sehe ich dich nicht mehr Ja, ich bin da jetzt gerade fast hier oben Ah, oh, da ist er Da ist er Ja, du sollst auch kein Cliffhanger spielen, wenn du betrunken bist Ja, ich muss das so viel jetzt aussehen Ja Da ist er Da ist er Da ist er Oh, yes Uh, eine Höhle Oh Fein Und jetzt Der erfüll ich das vergnüge und darf die Lampe aufheben Mach mal Und jetzt Aua Au Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir da ins Dunkle Ach so Jetzt wird das nämlich auch hell da drinnen Jetzt sehen wir auch, wo wir hingehen Oh Warte mal, ich muss die Tasche mal anders anlegen Ach so Ach, komm, lass doch So Oh, hier, guck mal, hier ist was Grünes Oh, was ist das denn? Was hab ich denn da? Was Grünes Keine Ahnung Das sieht aus wie Uran Du musst einfach mal mit Vielleicht proben Ach, guck mal Kannst du auch leuchten? Ja, aber hier geht's nicht weiter Nee, sag mal ohne Flachs Jetzt haben wir nur hier Nee, da oben Wo? Ach, da oben Wie kommen wir da jetzt hoch? Haben wir ja kein Licht Aua Warte mal Dieses grüne Ding Das muss doch irgendwie Ne Bedeutung haben Nee, ist nix, ne? Also hier ist nix Also wieso hat man das grüne Teil mitnehmen? Sieht aus wie so ein Schalter, ne? Oh, hier Haben wir voll übersehen Was denn? Wo bist denn du? Oh Ach, nehmen wir das einfach höher Ich komm hier nicht raus Einfach mehrfach drücken Ganz oft Oh Ach, guck mal Hier ist nur so ein Stein Ich weiß nicht, ob wir den nochmal brauchen Ich nehm den anderen auch einfach auch mal mit Ich hab halt zwei Hände Das ist ein Aehrgarten hier, Alter Äh Warte Wieso kann ich das denn Nicht mit der Anderen Ey, hier sind mehrere Steine, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt alle brauchen Wo bist denn du? Da oben So Dann kommen wir jetzt hier raus Guck, geht's hier raus? Hier war ne Sackgasse? Hier Sackgasse Chica, komm mal her Wo bist denn du? Es ist dunkel Ich hab Angst Wo? Hilfe Hey, wo bist du denn? Da Au, au Au Oh Oh Alle Jungen Keine Ahnung Warte mal, lass mal ein Screen machen Das ist cool hier für Oder wird sie später machen Das ist cool Die Hüllenforscher Warte Oh So Das ist cool Oh So, okay Ich trage, ob wir mal lang müssen Ja, keine Ahnung Wahrscheinlich ist total die A-Karte hier Und wir müssen nur diese kleinen Blitzersteine holen Und später kommt da so ein Typ und sagt You're not right there Oh, kommt da durch Das ist noch so ein Stein Ja, ich glaub, die Steine brauchen wir gar nicht Nimm einfach mal einen mit So Links hoch oder rechts Weil er so schön grün leuchtet Ja, genau Hier geht's weiter Licht Oh, guck mal, hier geht's runter Also runter spring ich mal als Letzten Erstmal guck ich mir die anderen Wege an Sackgasse Müsst du doch runter springen Nee, einen Weg haben wir noch Einen haben wir noch? Okay, du hast es gemerkt Einen haben wir noch Okay Nee, Sackgasse Ach Also doch da runter War der Halt Was war das hier? Ich muss nur gucken Hier waren wir schon Hast du noch Orientierung? Nee Ich geh jetzt einfach hier War das hier? Nee, das war der falsche Das war nicht der Weg runter Doch, guck mal, hier unten geht's raus Das Licht, hier ist Licht Das ist der Eingang Achso Okay Da war's der Weg hier Der hier war das Da ist er Aber da ist, glaube ich, da Wo wir eben in dem Loch stunden Ja Aua Nee Hier waren wir noch nicht Ah, hier sind wir hinter den Da lag die Laterne Okay Das heißt Wir müssen, glaube ich, hier lang Guck mal Wir müssen hier lang Wo Warte Ja Hier sind wir richtig Aha Hab ich mal recht gehabt Warte Ey, wir bräuchten mal Licht Kannst du mir mal das Licht geben? Was? Äh, nein Danke Ach guck mal, wir haben hier einen Stein Ah, warte mal Was ist denn hier? Brauchen wir das gar nicht? Warte mal So, jetzt haben wir hier so ein Holzstück Und was können wir damit Was Können wir nirgends damit machen Jetzt kommen wir hier nicht raus Ja, pass auf Ich hab ne Idee Ach, warte mal Wir sollen Hebel bauen Hebel Schieb das mal dazwischen, genau Aber ich glaube andersrum, oder? Warte mal Bisschen mehr Licht wäre geil Aber da hinten in der Höhle ist nichts mehr Ist doch Eben müssen wir das aufkriegen hier Irgendwas muss da gehen abfahren So Warte Was denn jetzt? So Muss das Ding mal kurz von der Klippe wegkriegen Nicht, dass wir dann da runterfallen Zack So Und jetzt? Und nun Will ich das so haben Jetzt muss ich das dazwischen schieben, klar Ah, ich weiß wie Einfach dazwischen schieben, ja? Äh, was denn hier? Oh, guck mal Tutorial Ja, heb an Mal gucken, was er sagt Warte Hab ich Ach da Dieses Gitter Kannst du Mit einem Stock Aufbiegen? Aufbiegen, ja Genau, richtige Idee Warte, ich pack das nochmal kurz weg Ja, genau Genau so Warte Schieb's rein Ja, sehr gut Und jetzt Warte Jetzt müssen wir wie den Hebel Warte mal So, gut Und jetzt Ich halte es fest Alter Hammer Das musst du nur weiter biegen Ja, ich bin nur Ich glaube, du musst ein bisschen raus Ein bisschen rausziehen, das Teil Warte So Und jetzt Ja, jetzt Und nochmal Warte Hammer Äh Was war das denn? Das sollte passen, oder? Ja, halt auf Andere Richtung Ja Ich glaube, das müsste reichen, ne? Weiß es nicht Zieh mal raus Ach, dieses Scheiß so toll Komm hier durch Ja Hey Ja, total unnötig, ja? Aber wir haben einen anderen Weg gefunden hier rauf Ja Das kann man auch machen Ne? Wir haben den So, jetzt kommt der Spaß Äh Müssen wir beide uns da festhalten am besten? Ich würde sagen, ja, ne? Sonst kommt ja keiner rüber Warte mal kurz Lass mal kurz Lass mal kurz gucken Och du Scheiße, Alter So, warte So, warte Warte Komm mal hier mit dem Ende Beweg dich mal ein bisschen, damit das Ende frei ist Damit ich nicht zwei Seiten auf Ja, hab ich Da Bist ein echter Lassus-Spezialist, Alter Ich hab noch eins in Ach, ist egal Warte, 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 warte Hast du? Ne So, und jetzt müssen wir einfach hier drüber laufen, ja? Würde ich sagen Äh, ja, machen wir doch Äh, ah, wer ist das? Ah Jetzt müssen wir schwingen Ah, echt verrückt Aua Und zurück Ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal schwingen Ja Und zurück Und wieder zurück Ich glaube, das müsste jetzt gleich passen Yeah Ich bin drüber Schön für dich Warte Einfach loslassen oder springen Ich hab einfach losgelassen Yes Alter Yeah Erstmal Digga So Oh, oh, hier rauf, wa? Ja, würde ich sagen Ach Und die Folge ist da gar schon wieder rum Ich hör 22 Minuten auf Uhr Ja doch Wir sind immer noch nicht mehr Ich ist nicht schlimm Warte Pass auf Oh Äh Für Sieg Warte, Försig Jetzt musst du rennen Jetzt musst du rennen 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 Oh Achso, meinst du das Achso Warte, jetzt hab ich verstanden Warte Dann machen wir Rennen wir mal so Oh So Bist du stackler?! Warte Warte, warte Und dann die Hände zum... Los! Ah, nein, warte! Ja, der Saubär. So. Müssen wir wieder schieben. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auf die andere Seite drüber... Ey, was hebst du denn das Ding hier raus? Alter! Ich hab's geschoben. Was hast du für Bärenkräfte? Ach so. Jetzt müssen wir da wieder rüber, auf die andere Seite. Ja, rüber, ja. Äh. Nein. Nee, das dürfen wir, glaube ich, nicht zu zweit machen. Okay, dann mach mal alleine. Äh, Chico. Ja? Ich hab eine ganz andere Idee. Erstmal wieder rüber springen, den Wagen runterschieben und dann den hier rüber ziehen. Und dann den als Brücke nutzen. Du kannst ihn nicht rüber ziehen, der ist entgleist. Echt? Ich glaub, das ist so gewollt. Aber es geht. Du siehst ja, ich bin ja rum. Ja, 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 ja. Alles gut. Weil Gewicht halt, äh, zu zweit ist ein bisschen schwerer und dann geht er schneller runter. Scheinbar. Ja. Das sieht zumindest so aus, ne? So. Alter. Ja, hat geklappt. Also das Level hat auf jeden Fall Spaß gemacht bis jetzt. Ja. Ist auf jeden Fall mal sehr anspruchsvoll. Ja gut, für mich heißt das nicht für dich, aber... Das macht megamäßig Spaß, ja? Oh, da hab ich nen Deck. Achso, immer wenn er speichert. Ich glaub, das müsste ich mal ausschalten, das automatisch speichern. Ja gut, wir sprusten hier über mich. Ähm, deswegen ist das glaube ich nicht so schlimm. So. Ich glaub, wir haben's geschafft. Oder? Oh, wir sind im Safe-House. Uh, Schnuggi. So. So, kommen sie rein, junge Frau. Ähm. Ich bin auf dem Weg, aber irgendwie torkel ich hier grad die Treppen hoch. Und hier wohnt sie? Äh. Ach. Wir sollten die Tür einfach mal ziehen. Mach doch mal Platz. Geh weg da, Mensch. Ich versuch's. Weißte. Mach Platz hier. So. Äh. Warte mal. Ja, komm. Ah. So. Oh. Nice. Oh. Fernseher an hier. Was, was denn? Wieso holmst du die ganze Bude auseinander? Was denn? Oh. Wieso, was denn? Was machst denn du? Radar, ne? Oh. Oh. Das war's mit der Einrichtung. Den Fernseher auch noch, oder? Nein! Das ist weiter. Das ist schwer. Oh. Alter Junge. Was ist denn jetzt los? Das ist so komische Zeichen. Alles verrückt gemacht. Jetzt wird alles schwarz. Siehst du das auch? Ne. Bei mir nicht. Bei mir ist grad alles schwarz. Der ganze Bildschirm. Echt? Ja. Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Bei mir togelst du hier noch rum. Ich hab das Spiel. Ich zieh dich mal Richtung Eingang. Warte mal. Ich sehe gar nichts mehr. Nein! Ich hab einen ganz schwarzen Bildschirm. Und jetzt? Kontrollpunkt laden. Mach mal dein. Bei mir ist echt ganz schwarz das Spiel. Okay, warte. Kontrollpunkt laden, okay? Ne, brauchst du nicht. Äh. Mach dich mit in die Karte. Ich seh aber nix. Okay, meine Damen und Herren. Ja. Blackout. Ja. Dementsprechend, äh, banden wir die Folge jetzt ja. Richtig, ne? Huber ist ja nicht schuld, ne? Was? Also, bei mir die Likes, bei Huber, ne, Kommentare was das soll. Dann läuft der Hasen. Okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.